Moin moin Leute und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Beinahe die Ansage verpasst. Ich bin euch was mitgenommen im Kopf von der Runde davor. Ich hoffe, dass die Runde nochmal genauso wird, aber ich kenne mein Glück eigentlich. Wenn ich mal so eine Runde habe, dann wird es danach nur beschissen laufen. Das heißt nicht ohne Grund, man soll seine Karriere beenden, wenn es am besten läuft. Da sollte ich eigentlich jetzt aufhören, damit mein Survivor-Leben an den Nagel hängt. Ich bin gespannt. Es war, ich fand den Killer, also entweder waren die anderen drei Survivor alle scheiße, dass sie so schnell dauernd gegangen sind, oder ich bin gut gelaufen. Ich tendiere zu, ich bin gut gelaufen, weil ich bin einfach Profi. Dass ich nicht direkt bei Rang einstarte, ist eigentlich eine Frechheit. Meine Fresse. Puls! Aber wer wird es jetzt sein? Michael Myers? Michael Myers hatten wir noch gar nicht. Oder ein Freddy? Auf Legion hätte ich jetzt keine Lust. Das ist dann zu viel verletzt sein. Ich bin nervös. Lass uns starten. Lass uns starten. Oh, direkt bei einem Jen. Das ist gut. Auto Haven Schrotplatz. Ja, dann reparieren wir mal. Aber vorher mache ich das Totem kaputt. Nervenkitzel der Jagd. Wir haben schon mal einen Totem-Nutzer. Okay. Geist. Irgendwie hatte ich den Geist noch im Kopf. Oh. Oh. Hi. Der lässt von mir ab. Ich kann es erst mal in die Jen machen. Wir brauchen einen. Vielen Dank für die Heilung. Vielen Dank, wie lieb von euch. Ich blute jetzt nicht mehr, den Boden so voll. Ja, ohne Blut, denn ist das Leben doch so toll. Ich blute jetzt auch. Oh, komm. Oh, komm. Muss das sein? Ich mache mit. Wir scheißen auf den einen, oder? Er spielt das Heiße. Sehr wahrscheinlich. Da kann er auch mal einfach leiden, oder? Er wird auf jeden Fall gejuggelt. Das gibt uns viel Zeit. Fuck. 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 Klingt wie ein kotzender Regenbogen. Okay, ihr macht das. Ich mache das Totem kaputt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er mit Norwich spielen wird. Okay. Ach ehrlich, du disconnectest? Ach nö. Wohin geht ihr denn? Darf ich mitkommen? Wohin geht ihr denn? Getrickst. Oder auch nicht. Ich mag es hier, weißt du das? Komm schon, mach mein Spielzeug nicht kaputt. Er rennt wieder woanders hin. Alles klar. War schön mit dir zu spielen. Hier habe ich noch eine Palette. Oder hast du die kaputt getreten? Warum? Ach komm schon. Ach komm schon. Willst du jetzt da hinten campen, oder was? Du siehst mich nicht. Du siehst mich! Au! Ach komm, ich wollte gerade sehr da drücken. Nö, du bist uncool. Lass mich liegen. Lass mich liegen. Tut mir leid, wenn ihr jetzt den Stick hört. Ich muss mich aber befreien. Ich bin in Panik. Oh klar, nicht. Du bist hässlich. Geh weg. Gehst du weg. Kommt, kommt, kommt ihr aber bitte her. Kommt bitte her. Kommt bitte her. Ja, 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 das war nicht gut. Das war noch schlechter. Das ist sehr kontraproduktiv, was ihr da macht. Das war nicht gut von euch. Jawohl, du bist mein Schatz, Mac. Ich liebe dich. Und rennt. Renn, rennt, 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 rennt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Haha. Mac, rette sie. Ich tue, was ich kann. Mein Rücken juckt. Mac, du hattest keine Lust, sie zu retten, ha? Hättest du das so cool gefunden? Wäre das so freundlich gewesen? Da ist das. Du bist eine Hure. Ich wollte mich heilen. Du hast mir wehgetan. Ich bin verletzt jetzt. Nö, du brauchst mich jetzt noch nicht auf Arm tragen. Hey, komm. Ich bin enttäuscht von dir. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Du und ich. Leute. Leute. Hilfe. Ich bin ein Survivor. Hol mich hier raus. Komm schon. Renne zu mir, Baby. Ich habe gelogen. Mac ist nicht mein Schatz. Ich stehe nur auf Schokolade. Komm endlich her. Du gehst in den Schrank. Du gehst in einen Schrank. Ist das dein fucking Ernst? Fingerwechsel, damit ich schnell tippen kann. Damit ich noch länger am Haken hinge. Du rennst zu ihr. Ich wusste schon immer, dass Clodet lesbisch ist. Scheiß auf die Kerle. Hauptsache, die Frauen werden gerettet. Ich hasse dich, Clodet. Swag Dracula. Oder we see Stingsnake. Mir egal. Ich glaube, es war Swag Dracula. Swag steht für die Superweiber AG. Deshalb fällt sie gegen Kerle. So eine dumme Pute. Keine. So eine Kacke. So eine Kacke. Ach nee. Du bist die Meg. Alles klar. Du bist cool. Du bist cool. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass ein Kollege mir nicht vorhört hat. War nicht... Das fand ich nicht so cool. Aber gucken wir mal zu, wie sie vernichtet wird. Oder wie sie die Luke findet. Hat sie gerade... Nein, sie hat keinen Läder. Keine Selbster... Aber Borrowed Time hat sie. Wenigstens das. Auch so ein tolles Perk. Heißt das bei euch eigentlich? Der Perk oder das Perk? Mir ist das. Ja. Nö. Du bist mir zu klack, Mann. Ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen. Und er hat Noid. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Dass er Noid spielt. Wo ist die Kopie etwas? Naja. Weniger notwendig, weil... Wenn ich während der Runde die ganzen Totems kaputt mache, hat er so mit zwei Perks, die mehr oder weniger keinen Sinn machen. Aber gut. Soll er machen. Der will hauptsächlich nur Blutpunkte verdienen, hm? Ja. Toll. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst nochmal ein Like da. Oder ein Abo. Oder ich muss niesen. Ne, muss ich nicht. Oder? Nein. Ich weiß. Na, mal schauen. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein, Leute. Tschö. Me do. Me do. Me do. Morgen bist du dann Schätzchen, oder heute besser gesagt.